Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Blatien Livestream und natürlich auch den Blatien Guide. Heute dreht sich aber alles um. Checkt auf jeden Fall auch gern dieses Video aus. Das war das letzte, was ich zu Spider-Man 2 dazu gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und checkt natürlich auch gern dieses Video aus. Das ist ein Content zu einem anderen AAA-Blogbuster auf meinem Kanal. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, Semperfi und let's do it. Nach dem Intro geht's los. Evolution This is the future Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu der Trophäe Home Run. Die möchte ich euch zeigen. Da heißt, ihr müsst in der Trophäe um Big Apple Ballast Stadium laufen, fliegen, wie auch immer. Hier ist die Location an dieser Stelle. Das möchte ich euch zeigen. Hier seht ihr sie. Da ist das Stadium. Ich zeig das nochmal langsam. Das war vielleicht ein bisschen schnell. Wirklich ganz unten im Süden. Ihr seht das. Hier unten ist das Stadium. Und ja, es ist letztendlich wirklich ganz, ganz einfach. Ich hatte gedacht, als ich damals die Trophäe vorgestellt habe, dass das schwierig ist. Ist es aber nicht. So, wir sind hier. Ja, beim Baseball, das ist ja so. Na, hier schlagt ihr ja normalerweise mit einer Keule auf irgendeinen Holzball ein, der dann wegfliegt. Ähm, und jetzt heißt es einfach, wir müssen einen Home Run laufen. Also jetzt rennen wir los hier. Und laufen hier mal ganz langsam easy peasy drum rum. Ja, schön wichtig, dass wir das hier auch alles mitnehmen. Zack, und jetzt laufen wir hier lang. Und zack, laufen wir hier lang. Und jetzt müssen wir die Trophäe bekommen. Sie haben die Liga, die Meisterschaft, den Cup, die Trophäe, die Enchilada mit extra Guacamole. Und Morales mit 102 Home Runs in einem einzigen Spiel. Der Junge gehört auf eine Cornflakes-Packung. New York, was geht ab? Ja, so mit der Halle, die Trophäe. Ich zeige euch nochmal die Location. Wie gesagt, sie ist ganz unten. Hier ist das Big Apple Stadion. Ja, viel Spaß damit. Ich habe echt gedacht, das ist schwierig. Aber es ist doch viel einfacher, die Trophäen zu bekommen. Alle weiteren Trophäen, natürlich gibt es extra Videos. Aber es gibt noch die meisten Trophäen, werdet ihr bei mir im Livestream finden. Also, checkt auf jeden Fall meinen Livestream aus, meine lieben Freunde. Und auf jeden Fall, bleibt gesund. Ist das einfach. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also, lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semperfi, euer Fuma. Ja, danke. 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 Danke.